Die Bibel in einem Jahr, Tag 224. Genieße dein Leben hier und heute. Einige Menschen sehen das Leben heute wie die drei Hexen in Shakespeare's Macbeth. Doppelt, plagt euch, mengt und mischt. Meine Sicht auf das Leben änderte sich, als mir ein kluger Freund erklärte, man könne das Leben als eine Reihe von Übungen in Problemlösung betrachten. Es wird immer Probleme geben in deinem Leben. Wenn du nicht lernst, dein Leben trotz aller Probleme zu genießen, wirst du nie wirklich zufrieden sein. Salomo sagt, auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und viele Güter gegeben hat und der Mensch diese aus der Hand Gottes annehmen und sich trotz seiner Mühe daran freuen kann, ist es ein Geschenk Gottes. Lerne das Leben im Hier und Jetzt zu genießen. Wenn du das nicht tust, wird es an dir vorüberziehen, ohne dass du dich je an dem erfreust, was du gerade hast. Wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er nicht. Vertraue und Ehre Gott Die Antwort auf Probleme ist nach Ansicht des Verfassers der Sprüche die Ehrfurcht vor dem Herrn. Das heißt Leben in einer Beziehung mit Gott, im Vertrauen, in Ehren. Er schreibt, die Ehrfurcht vor dem Herrn schenkt Leben. Satt und zufrieden verbringst du die Nacht, ohne vom Unglück erschreckt zu werden. Dann spricht er einige Problemauslöser an. Erstens, Faulheit Faulheit wird in diesem Abschnitt als Ursache zukünftiger Probleme dargestellt. Wenn du zu faul bist, zur rechten Zeit zu pflügen, wirst du bei der Ernte nichts zu essen haben. Zweitens, Zynismus Spott ist eine weit verbreitete Form des Zynismus in der heutigen Gesellschaft. Sie macht auch vor Kirche und Gemeinde nicht halt. Das ist nicht gut, denn Probleme sind damit vorprogrammiert. Drittens, Arglist Unehrlichkeit ist eine weitere Ursache von Problemen. Ihre verschiedenen Formen sind eine Schande, für die man sich schämt. Ein hinterhältiger Zeuge verlacht das Recht. Unheilstifter finden Geschmack am Verbrechen. Viertens, Missbrauch von Genussmitteln Ein Biertrinker wird unangenehm laut und ein Weinsäufer redet Blödsinn. Wer sich betrinkt, ist unvernünftig. So viele Probleme entstehen durch alkoholisierte Menschen und viele Verbrechen werden unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen verübt. Fünftens, Streitzucht Einen Kampf zu vermeiden ist ehrenvoll. Nur Narren suchen den Streit. Ich danke dir, Herr, dass meine Beziehung mit dir zum Leben führt und Zufriedenheit schenkt. Bitte hilf mir, unnötigen Problemen aus dem Weg zu gehen. Grundsätzlich möchte ich sagen, jeder soll das Leben annehmen, in das Gott ihn gestellt hat, und an dem Platz bleiben, an dem er war, als Gott ihn zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Darum soll jemand, der nach jüdischem Gesetz beschnitten wurde, sich auch als Christ zu seiner Beschneidung bekennen. Wurde er aber nicht beschnitten, soll er die Beschneidung auch nicht nachholen. Denn Gott kommt es nicht darauf an, ob wir beschnitten sind oder nicht. Bei ihm zählt allein, ob wir nach seinen Geboten leben. Jeder soll Gott an dem Platz dienen, an dem ihn Gottes Ruf erreichte. Ich möchte euch unbelastet und ohne Sorgen wissen. Wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, wie er dem Herrn gefällt. Ist aber jemand verheiratet, so kümmert er sich um viele Dinge des täglichen Lebens und will seiner Frau gefallen. Darum ist seine Aufmerksamkeit geteilt. Eine unverheiratete Frau sorgt sich uneingeschränkt darum, mit Leib und Seele für den Herrn da zu sein. Aber eine verheiratete Frau sorgt sich um menschliche Belange und will ihrem Mann gefallen. Ich sage dies alles nicht, um euch durch irgendwelche Vorschriften einzuengen, sondern um euch zu helfen. Ich möchte, dass ihr ein vorbildliches Leben führt und unbeirrt nur das eine Ziel verfolgt, dem Herrn zu dienen. Bleibe beständig beim Herrn Eines der Hauptthemen unserer Zeit sind Angst und Antriebslosigkeit, die vom ständigen Vergleichen kommen und dem, was die Engländer mit FOMO, Fear of Missing Out, bezeichnen, der Angst, etwas zu verpassen. Die Antwort auf FOMO finden wir im ersten Vers unseres Abschnitts aus dem Neuen Testament. Alle sollen an dem Platz bleiben, an dem sie waren, als Gott sie berief. Ein neuer Christ sollte bleiben, was er bei seiner Bekehrung war. Er nennt drei Beispiele. Ehe, Beschneidung und Sklaverei. Ursprünglich stellten Christen nur eine kleine Minderheit und waren nicht in der Position, die Sklaverei abzuschaffen. Die Anwendung hier ist weiter gefasst. Wenn die Arbeit eines frischbekehrten Christen nicht illegal oder sittenwidrig war, sollte er seine Arbeitsstelle nicht aufgeben, es sei denn, er hatte eine klare Berufung zu einer neuen Aufgabe erhalten. Gott beruft zu etwas, aber nicht einfach aus etwas heraus. Paulus will den Menschen gern die zusätzlichen Belastungen ersparen. Er meint damit, verkompliziert euer Leben nicht unnötig. Worum es ihm bei der Frage, heiraten oder nicht, geht, ist, dass ihr zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Dein höchstes Ziel im Leben. Paulus beschreibt die Vorteile der Ehelosigkeit. Vor allen anderen war Jesus selbst ehelos. Er sprach davon, dass manche unfreiwillig ehelos sind, andere dagegen entscheiden sich um des reiches Gottes Willen bewusst dafür. Unfreiwillige Ehelosigkeit ist ein schweres, schmerzliches Thema, aber die meinte weder Jesus in Matthäus 19 noch Paulus hier. Paulus spricht von der Ehelosigkeit um des reiches Gottes Willen. Diese kann entweder dauerhaft oder auch vorübergehend sein. Die Nachteile der Ehelosigkeit liegen auf der Hand. Die drei vielleicht schwersten Dinge für einen alleinstehenden Christen sind wohl, erstens die Gemeinschaft mit dem Ehepartner, was in die Einsamkeit führen kann, zweitens das Fehlen sexueller Erfüllung und drittens Kinderlosigkeit. Aber Paulus nennt auch zwei Gründe, die für die Ehelosigkeit sprechen. Erstens das Lebenskürze. Er schreibt, die Zeit, die noch bleibt, ist kurz und meint damit, sie sollen ihr Leben nicht unnötig kompliziert machen. Weder Traurigkeit noch Freude oder Wohlstand sollen jemanden davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden. Er verbietet die Ehe ebenso wenig, wie er Lachen, Trauern oder Einkaufen verbietet. Vielmehr sagt er, dass der Dienst für den Herrn alles andere daneben verblassen lässt. Wir müssen uns von den Dingen dieser Welt lossagen. Und das ist wahrscheinlich einfacher, wenn man alleine lebt. Zweitens keine Ablenkung. Das bezieht sich insbesondere auf die Verfolgung, die den Hintergrund für diesen Abschnitt bildet, wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen. Paulus schreibt, Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen, als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern muss. Ich sage das, um euch zu helfen und möchte, dass ihr zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Uns stehen Zeit, Kraft und Geld nur in begrenztem Umfang zur Verfügung und es steht zweifelsfrei fest, dass die Ehe viele Anforderungen stellt. Paulus wirbt also für eine positive Einstellung zur Ehelosigkeit, sei sie nun dauerhaft oder vorübergehend. Und er sagt, sie kann erfüllend und befreiend sein, wie für Jesus. An anderer Stelle schreibt er, dass die Ehe nur ein Bild für die Beziehung zwischen Christus und der Kirche ist. Die Realität finden wir in Christus. Sowohl Ehe als auch Ehelosigkeit sind Geschenke. Wirklich wichtig ist, dass wir ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben. Wir gehen oft davon aus, dass die Ehe die beste und naheliegendste Lebensform ist. Dieser Abschnitt erinnert uns, die Vorteile der Ehelosigkeit nicht zu übersehen. Ehelosigkeit hat ihren Wert und kann ebenso erfüllend und fruchtbringend sein. Herr, bitte hilf mir, in meiner Lebenssituation Erfüllung zu finden und so zu leben, dass es dir Freude macht. Lass mich ohne Ablenkung beständig bei dir bleiben. Ich aber meine, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Noch etwas habe ich auf dieser Welt beobachtet, das mir sinnlos erscheint. Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch unsinnig, so vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es besser als eine allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Genieße den Segen von Arbeit und Beziehungen. Der Verfasser bleibt bei seinem Thema, der Leere und Sinnlosigkeit des Lebens. Für ihn ist das Leben voller Probleme, Ausbeutung und Mühe. Er spricht über die Sinnlosigkeit, die auch Menschen in hohen Ämtern und mit großem Reichtum und Besitz empfinden, von der Flüchtigkeit unserer Wünsche. Unter seinen eher pessimistischen und niederdrückenden Lebensbetrachtungen finden wir aber auch einige Schlüssel, wie wir aufblühen können, und uns nicht nur plagen müssen. Erstens Arbeit. Es ist nicht gut, nichts zu tun zu haben. Der dumme Mensch legt seine Hände in den Schoß und verhungert. Andererseits sollst du es auch nicht übertreiben. Trotzdem arbeitet er rastlos weiter und sein Besitz ist ihm nie groß genug. Für wen plage ich mich denn eigentlich und gönne mir selbst keine Freude? Optimal ist, maßvoll zu arbeiten. Besser nur eine Hand voll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Denn wer arbeitet, schläft gut, ob er viel oder wenig zu essen hat. Dann spricht er darüber, wie wichtig Beziehungen sind. Ehe, Freundschaft und Teams. Es gibt Synergien. Zwei haben es besser als eine allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Teamarbeit kann effizienter sein. Der zweite Vorteil ist die gegenseitige Unterstützung. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Und drittens ist da die körperliche und geistliche Unterstützung. Ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Der Schlüssel für starke Freundschaften und Ehen ist der dritte Faden. Unsere beiden anderen Abschnitte von heute nennen es ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben und die Ehrfurcht vor dem Herrn. Herr, bitte hilf mir, unnötige Mühe zu vermeiden und ohne Ablenkung beständig bei dir zu bleiben, damit ich das Leben in Fülle genießen kann und nicht einfach nur irgendwie überlebe. Noch ein Gedanke meiner Frau. Prediger 4, Vers 4 Dann habe ich festgestellt, dass alle Mühe und jeder Erfolg nur eine Folge des Neides des einen auf den anderen ist. Auch das ist sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. Ich finde diese Sichtweise recht zynisch. Neid ist destruktiv, aber manchmal spornt ein gesunder Wettbewerb uns auch an. Das ist ein Gedanke meiner Frau. Vielen Dank.